Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gary's Mod auf den Red Ring Community Server. Ich hoffe, euch wird dieses Video gefallen. Wir sehen uns dann später nochmal. Aber jetzt erstmal los mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal natürlich mit einer anderen Gruppe. Diesmal sind wir Fotograf. Als Fotograf fotografiere ich Leute für Geld. Und was der Job für einen Petophilen. Perfekt, dann würde ich sogar sagen, komm, wir machen das. Und wir übertreiben auch richtig. Wer wird denn da angerufen? Ah, hallo. Ich werde gleich mit dir. Ich nicht. Ah, hallo. Ich werde gleich mit dir. Hallo. Hallo. Ah, hallo. Ich werde gleich mit dir. Hallo. Machen wir mal, was wir machen können. Also, ich weiß, dass ich eigentlich sehr wenig machen kann. Eigentlich so der billigste Job und der einfachste, den es gibt. Man bekommt Geld vor. Das ist so ein Moment, wo man sich denkt, so, yo, du hast dein Leben geschafft. Hier hat doch irgendjemand schon wieder sein Telefon angelassen. Also, ich werde jetzt einsetzen, dann kurz mal durchschauen, was ich sage. Hallo. Bitte, du dreckige Asiate. Sag gerade sie, sie sind auch Asiate. Du bist ein cooler Asiate. Äh, nee. Ich bin... Lassen die mich in Ruhe. Nee. Ich bin... Ich bin... Ich bin auf 599. Bekommen sie jetzt ein Pornobild? Meinst du es weh? Meinst du es weh? Äh, äh, doch, doch. Von der Pause. Komm, geht ran. Nein. Bleib stehen bleiben. Bleib stehen. Bleiben sie stehen. Ich bin Pornofotograf. Bleiben sie stehen. Bleiben sie stehen. Das ist eine wundervolle Ansicht. Daran werden so viele Menschen krepieren. Hallo. Ich bin Spezialfotograf. Jetzt mal ganz ehrlich. Wie kannst du mit einem... Mit jemandem wie Steini gut klarkommen? Hi. Ich bin Pornofotograf. Wum, wum. Zeigen sie mir ihre Schnitte. Wundervoll. Haben sie doch eine wunderbare Zähne. Setzen sie sich mal in Zähne. Wunderschön. Wundervoll. Wundervoll. Hallo, ich bin Fotograf. Darf ich ein Foto machen? Hallo, da finde ich ein Foto machen. Möchten in China zugleich aufbauen. Möchten sie kopieren und in China platzieren? Hier finde ich ein Foto machen. Mach was du willst. Wunderschön, danke sehr. Das ist richtig hobbylos. Das ist der hobbyloseste Beruf, den ich je gesehen habe, in diesem Spiel. Das ist halt... Die Sache ist halt... Irgendwann will ich mir das verkaufen. Das geht halt hier alles nicht. Das ist richtig sinnlos. Ja, gut. Was soll man sagen? Hobbylose Berufe. Also, in Realität kann ich mir vorstellen, das bringt schon irgendwo Geld ein. Aber warum? Warum in einem Spiel? Wundervoll. Komm. Wunderschön. Pizza. Ruf, die haben gekriegt. Wenn ich Geld mit Athen holst. Das ist eine wunderbare Stadt. Wollden Sie wissen? Wollden Sie in da leben sein? Nicht wundervoll ist in it wonderful ist in it wonderful ist das wundervoll also das ist die ansicht wo man lieber scheut alter 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 heilige das licht am ende des tunnels diese ansicht die so unnatürlich bitte alter nee alter nee speedrun mode so geht das ich komme bis zum ende des tunnels das hobby läuft so fast schon wie so ein run was sind das für sprünge diese ansicht ich finde sie wundervoll alter ich glaube jetzt hat schon jeder kollaps bekommen ja und weil wir verrückt sind ja drehen wir das ganze nach oben jetzt gibt es kurz anfälle kann nicht mehr manövrieren das ist eine ansicht das macht einmal danach hat man sein leben verbrochen wundervoll was habe ich getan was kann man machen kommen wir belästigen eine mine weiter Ah Gott, das habe ich so glücklich reingeschaut. Es ist nicht angenehm. Hm, bin ich Level 4? Was kann ich jetzt? Ich könnte das System nicht so merkwürdig, muss ich sagen. Ein bisschen sehr, hm. Alter, komm. Das ist so richtig durch und passt auch sehr gut zusammen, deswegen Randa. Komm, bin jetzt zurück. Wir stalken jetzt irgendwen. Wir gehen jetzt hin und stalken jetzt wen. Wir creepen. Wir creepen. Und die Fotos verkaufe ich dann auf Ebay. Oh nee, Alter. Nee. Auf D-Day. Oh, wies. Nicht Ebay. D-Day. Bitte. Hier, werde ich ja leider nicht bezahlen. Ja, werde ich sowieso nicht. Ei, ei, ei. Ich höre das Auto. Aber ich sehe da keine Person. Und ich bin schon mit. Komm. Den Zeug. Da. Da. Den da. Den da. Habe ich jetzt ganz spontan entschieden. Den Zeug. Schrauben. mit ... ... ... ... Ui, komm 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 Ach du Scheiße. Mann bist du hässlich. Noch besseren Spot hier. Keine Spende! Äh, wansinn! Ich hab leider selbst auch nix. Schade. Wollen Sie Furter machen? Ich hab' den Mark überwerfen. Wunderbar. Kriegt man ja Scheiße. Äh, ne. You are a fucking piece of shit! Gah! Ey! Glaubst nicht! Gah, meine Ohren verprügeln! Gah! 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 Okay, stopp, stopp, stopp! Ich geb' auf! Okay! Dann mach das nicht noch einmal! Ich geb' auf! Damit wir zerstehen hier! Eko! Jetzt gibt's Schläge! Ah! Ah! Scheiße! Ja! Komm her! Komm her! Ja. What the fuck are you looking at? What the fuck are you looking at? What the fuck are you looking at? Ah, I'm almost ripped. Stop it. Steine gehen. Kann you auch Butter machen? Hä? Was ist? Ich will nur einen Butter machen. Dann schlage ich sie. Ich fotografier sie nicht. Ich brauche mir mal anderes im Ziel. Der Herr. Hallo, Lebkuchenpresse. Lebkuchenpresse. Keine Spende! Keine Spende! Hinter Ihnen an der Tür! Wait! Keine Spende! Keine Spende! Spende! Ich kann in Kugeln zahlen! Spende! 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 wenn wir mal wieder aus dem Weg gehen ja Steven ist schon komischer Kerl muss ich schon zugeben ja da meine ich auch ja vor allem ich rede gerade währenddessen ich x-tröcke damit der es mit hat ja 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 du musst dann so viel löschen alter nee ist aber wundervoll finde ich wundervoll Diese Funktion, wir stalken jetzt einfach mal den End-Mind, den Dinko und einfach stalken. Wundervoll. Wundervoll. Alter, nee. So, man entscheidet sich für ein Auto durch. Das wird der K4. Wird schon. Der schaut nach rechts und links, wenn er stalken kann. So, was willst du von mir? Jetzt kriegen die Schläge. Naja, rennen sie weiter hier. Okay, das ist ein bisschen deskaliert. Haben Sie gar Foto gemacht? Nicht von Ihnen. Zeig Kamera. Wir können es auch anders regeln. Zeig Kamera. Die gebe ich doch keinen irgend so hinterhergelaufenen. Zeig mir die. Ich fotografiere den Typen da drin, der steht gerade an seinem Bankkonto. Ja, okay. Nein. Sag mal, wollen Sie Geld, dass Sie mich fotografieren? Mh-Maa. Haben Sie Fotografe? Sie sind hier Fotografe oder was, hm? Machen Fotos von fremden Leuten hier oder was? Ja auch. Hm? Was dagegen? Kommen Sie her! Kommen Sie jetzt her! Ich bin... ...kommst du mit der Drehzeit? Kommen Sie jetzt her! Nee! Ich verfolgt jetzt so lange, bis Sie keinen Lust haben! Äh, ich springe in den See! Machen Sie doch jetzt nicht mehr! Kein Problem damit! Oh ne! Das hat aber schnell über die Kanten gedreht! Ja! Hahahaha! Wenn Sie jetzt stehen! Oh ne, ich schätze, dann bitte verschieben das auf später! Wenn Sie jetzt hier in den Geschmack rumlaufen, wo ein Auto vanzukommen kann! Und ich merke, ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt, ne? Ähm... Ich komm jetzt mit! Wuuuii! Doch nicht! Ja, ja! Ja, ja! Gute Lüge hier! Ich dachte, ich habe kein Auto! Oooh! Näh! 嘻hey Näh Jimmy! Ich habe Kekse Ich habe auch Kekse Wollen wir also stehen occurring Ich würde gerne lei ma Die Verlockung ist zu groß Ich glaub ich geh lieber Die laufen aber ungeheblich. Dann wird stehen. Äh, rennen ist auch gut. Scheiße, da hinten. Da klingt wie ein Leben, das rennt wie. Ich bin nicht mehr stehen. Niemals. Du kommst dann nicht mehr stehen. Komm. Niemals. Die schmecken aber supergut. Hab ich los gemacht. Ich hab irgendwie kein Interesse. Dann sehen wir uns. Ich guck mir ein Auto. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch eine Bedeutung. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt sie mir in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal bei Garrys Mod auf den Red Ring Community Server.